Willkommen zu GamerU Candy Blast Mania Tipps und Tricks Level 64. Um Level 64 zu gewinnen, müssen Sie das Monster besiegen, indem Sie 100 grüne Candies einsammeln. Erster Tipp. Entfernen Sie den Kleber so schnell wie möglich, damit mehr Platz auf dem Brett vorhanden ist und Sie Ihre weiteren Züge einfach berechnen können. Weiter Tipp. Das Monster wird Ihnen grüne Gespenster heruntersenden. Sie sollten die Gespenster so schnell wie möglich vernichten. Ansonsten werden diese all Ihre grünen Candies auffuttern und Ihre Züge ruinieren. Versuchen Sie Verbindungen zu erstellen, die zwei oder mehr Gespenster vernichten, um Züge für das Einsammeln der grünen Candies zu sichern. Dritter Tipp. Sammeln Sie grüne Candies so schnell wie möglich ein, bevor alle von den Gespenstern aufgefressen werden. Vierter Tipp. Aktivieren Sie Candy Blast, um grüne Candies zu sammeln und Gespenster zu vernichten. Sie können die Schritte des Gespenstes vorhersagen. Sie werden zu den grünen Candiespots fliegen, da diese normalerweise weg vom aktuellen Spot des Gespenstes fliegen. Das war's und viel Glück! Das war's und viel Glück! Untertitelung des ZDF, 2020